Freunde, wir sind immer noch bei The Voice, bei der neunten Audition, muss man dazu sagen. Jetzt wird es wirklich tricky, weil bald geht es in die Battles und es wird sehr, sehr geil. Da kann ich euch nur sagen, es wird so emotional und sowas, mein lieber Schwarm. Jetzt sind wir natürlich bei Kimi, sie singt Western, ich liebe das. Und auch noch Jolene, besser kann das nicht gehen. Grüße gehen raus, wir schalten jetzt mal rein, los geht's. Ja, Hammer, oder? Mit der Gitarre erstmal dieses Solo. Also ich habe das gleich schon gehört, dass sie gut ist, als sie gleich den ersten Gitarrengriff gemacht hat. Das hörst du einfach raus, tut mir leid. Aber das hörst du, ob jemand das kann oder nicht. Yes! Vierer Buzzer, definitiv sehr, sehr gut. Und was ich jetzt nicht so gut fand, ist, dass sie sich da jetzt gegenseitig wegen diesen Blocken da angemauelt haben. Das nimmt so ein bisschen das Talent dann halt die Show. Aber es wird jetzt definitiv sehr, sehr gut gemacht und das richtige Team gewählt, würde ich sagen. Also wir gucken natürlich jetzt nächste Woche, oder wir sagen Freitagmorgen, genau richtig. Dann sind nochmal die letzten Blinds. Und dann...